Hallo zusammen, willkommen zurück, heute mal wieder mit einer Runde Python und zwar mit den Data Classes. Data Classes sind neu in Python Version 3.7, die gab es davor nicht und das ist ein cooles neues Feature, kann man durchaus mal brauchen und auch mal benutzen. Allerdings möchte ich euch bitten, vorher mal zu überprüfen, welche Python Version ihr habt, denn wenn ihr noch eine alte Version habt, also zum Beispiel bei mir, ich habe Arch Linux und bei mir war das erst vor ein paar Wochen in den Paketquellen drin und Arch Linux ist ja schon sehr, sehr schnell mit seinen Paketquellen, deswegen einfach mal bitte kurz hier in die Kommandozeile unter Windows CMD wechseln, einfach mal Python eingeben und dann sehen wir hier, welche Version ihr habt und wenn ihr unter Version 3.7 seid, dann habt ihr dieses Feature noch nicht zur Verfügung, ihr könnt euch das Video trotzdem gerne angucken und habt dann halt das Feature vielleicht in ein, zwei Monaten, Jahren, whatever, zur Verfügung. Unter Windows müsstet ihr mittlerweile auch Python 3.7 haben, unter den Rolling Distributionen auch, nur unter Ubuntu könnte es durchaus noch ein bisschen dauern. Data Classes muss man erstmal importieren, allerdings sind sie in der Standardbibliothek, das heißt, ihr seht es hier gerade, wenn ich Data Classes eingebe, aus Userlib-Python 3.7, also nicht irgendwie was Besonderes oder so und da kriegt ihr dann, ohne irgendwelche Sachen über PIP zu installieren, kriegt ihr direkt alles, was ihr braucht. Ich würde euch allerdings empfehlen, Data Classes direkt selbst zu importieren aus Data Classes. Da gibt es auch ein bisschen was anderes, wir können gerade mal kurz gucken, Replace, Fields, Field und ein paar andere Sachen mit Bodenstrich vorne dran, die für uns nicht so sehr interessant sind, weil Sachen mit Bodenstrich vorne dran ist meistens eigentlich eher so, dass die nur intern genutzt werden sollten und Data Classes ist hier auch eigentlich das Coolste. Okay, so und dann definieren wir einfach mal eine Klasse. Nennen wir sie einfach mal Produkt. Denn dafür sind Data Classes wirklich gedacht. Also sie sind dazu gedacht, um in Klassen hauptsächlich Sachen reinspeichern zu können. Nichts Großes, irgendwie berechnen oder sowas. Sie haben zwar die Möglichkeit, voller Klassen mehr oder weniger zu sein, aber mit Data Classes kann man halt dieses Verwalten von Speicherdingern, von generell irgendwelchen Attributen kann man halt dadurch viel, viel leichter gestalten. So, noch ist das Ding keine Data Class. Dazu müssen wir hier oben drüber ein Add Data Class machen. Und hier sehen wir, hier gibt es noch ein paar weitere Sachen, die wir angeben können. Das ist hier ein Dekorator. Was Dekoratoren sind und wie die funktionieren, habe ich schon mal erklärt. Aber ich werde jetzt noch nicht auf diese kleinen Features, die hier noch einfügbar sind, eingehen, sondern, ja, machen wir nachher. Wir sagen hier, wir haben erstmal eine ID für das Produkt und die wird definiert durch einen Integer. Achtung, bei Data Classes muss man hier den Typ angeben. Das ist nicht optional, sonst wird dieses Attribut hier einfach völlig ignoriert. Dann brauchen wir, keine Ahnung, was könnte man noch für ein Produkt machen. Ein Preis als Int oder als Float, je nachdem, ob ihr Lust auf Floats oder Ints habt. Und dann vielleicht noch eine Kategorie als String und, achso, ja, vielleicht noch eine Name als, auch als String. So, und ihr seht, hier habe ich überall den Typ jetzt angegeben. Ich kann auch ein Default-Date angeben. Der Preis ist erstmal gleich 0 oder sowas. Und genau. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, noch einfach irgendwelche weiteren Funktionen anzugeben, wie zum Beispiel, ähm, Preis in Dollar zum Beispiel. Sagen wir jetzt einfach mal, der Preis da oben ist ein Preis in Euro. Und ich mache jetzt hier halt noch einen Preis in Dollar. Ähm, achtet darauf, auch hier wieder den Float anzugeben. In dem Fall müssen wir jetzt tatsächlich den Float machen, weil ich was, ähm, wisst ihr was, dann machen wir hier auch direkt den Preis als Float 0,0. Ähm, weil wir den Umrechenfaktor natürlich haben. Ähm, hier geben wir einfach ReturnSelf.preis mal 0, äh, ne, stopp, halt, das war andersrum. Ähm, ich kenne leider nur den Umrechenfaktor von Dollar in Euro. Den anderen Faktor kenne ich leider nicht. Deswegen müssen wir das so machen, ähm, das wäre quasi das Gegenstück dazu. Wenn man von, äh, Dollar in, ne, wenn man von Euro in Dollar kommen möchte. Wenn man von Dollar in Euro möchte, muss man mal 0,84 machen. So quasi das Gegenstück dazu. Ist aber jetzt auch für die Data Classes nicht wichtig. Ähm, was ich mir jetzt aber durch Add Data Class hier oben spare, ist einen ganzen Haufen. Und zwar, ähm, brauchen wir hier in Data Classes keinen Konstruktor. Denn der Konstruktor wird mir direkt selbstständig mitgegeben. Es wird alles automatisch zugewiesen. Muss ich gar nichts mehr dran machen. Genauso, also das wird alles für mich übernommen. Brauche ich also nicht mehr machen. Genauso eben hier die Funktionen. Also diese Boden-Boden-Strich-Funktionen sind immer diese besonderen Funktionen, die man überschreiben sollte. Genauso Repre, also Representation, die Kurzform dafür. Ähm, da müsste man jetzt zum Beispiel irgendwas schreiben wie Return, ähm, keine Ahnung, Name, Doppelpunkt und dann hier irgendwie Name machen. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Kann auch sehr, sehr lange dauern. Wird auch für mich komplett übernommen. Denn bei der Representation werden einfach alle diese Felder hier mit übernommen. Auch ein geiler Faktor ist Boden-Boden-Strich-EQ. Ups. Wird auch für euch übernommen. Also dieser Vergleich wird übernommen. Da wird einfach quasi gesagt, wenn alle diese Objekte dasselbe sind von zwei Produkten, also von Other und Self, wenn die genau gleich sind, dann ist Equal True, ansonsten eben nicht. Ähm, und der Hash, den ihr über Boden-Boden-Strich-Hash macht, der wird euch auch automatisch definiert. Und das ist halt schon sehr, sehr praktisch, weil man muss diese ganzen vier Magic Methods hier nicht mehr implementieren. Ähm, was teilweise schon ein bisschen anstrengend sein könnte. Und deswegen ist es hier ganz angenehm, dass man hier mal, ähm, das Ganze so automatisch quasi machen lassen kann. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz an, wie man das tatsächlich auch einsetzen kann. Ähm, erstellen uns jetzt hier einfach mal. Über Print sehen wir dann, was die Representation im Endeffekt ist. Über Print sehen wir ein Product von, so, achso, äh, ja, genau. Und jetzt, ähm, wissen wir, dass wir hier zum Beispiel eine Eins eingeben könnten. Einen Preis, 5,0, äh, eine Kategorie, ähm, Musik und der Name, es ist jetzt die Frage, ob ich echte Namen verwenden darf, ne? Ähm, my Music Album. Aber, gut. Ähm, und wir machen jetzt hier einfach mal ein Go. Und wir sehen, bam, äh, ein Fehler, weil, ja, man muss hier die Sachen, die Default-Argumente sein können, die müssen ans Ende kommen. Sorry, das habe ich falsch gemacht. So, und jetzt sehen wir hier, also immer die Sachen, wo ihr ein Gleich setzt, wo möglicherweise eben ein Gleich gesetzt werden kann. Die müssen nach unten. Ähm, und wir sehen hier, wir haben, also wir können es jetzt auch direkt ausgeben, Produkt mit der ID 1, Kategorie 5,0. Ähm, das ist jetzt einfach daher geschuldet, weil ich hier die beiden vertauschen muss, selbstverständlich. Das muss nach hinten. Komma, 5,0. Ups. So, ähm, genau. Genau. Kategorie, Musik, Name, my Music Album, Preis 5,0. Warum muss ich jetzt die 5,0 hier ans Ende schieben? Weil ich das hier verschoben habe. Hier die Reihenfolge ist schon wichtig. Also, das darf man nicht einfach so vernachlässigen. Okay. Und, ähm, ja, das ist eigentlich so der grundlegende Gedanke hinter Data Classes. Jetzt gibt es da allerdings noch deutlich, deutlich mehr. Und das möchte ich euch auch noch ganz kurz vorstellen. Wie gesagt, es gibt sehr viel mehr, als ich euch vorstelle. Aber zumindest ein paar Sachen will ich noch zeigen. Und zwar, ich habe hier oben in dieser Add Data Class noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Parameter zu verändern. Ich kann hier sagen, Init ist gleich. Und dann kann ich hier ein True oder ein False angeben. Und ihr könnt euch eigentlich schon denken, was das genau ist. Nämlich, ob der Konstruktor für uns, äh, gemacht werden soll oder nicht. Wenn ich Init gleich False mache, dann habe ich diesen Konstruktor hier nicht. Wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich einen Fehler. Weil ich da natürlich keine Argumente eingeben kann. Also, dann kann ich hier diese Dinger nicht füllen. Weil ich habe ja jetzt keinen Konstruktor. Wenn ich aber so einen Konstruktor habe, dann kann ich das nicht automatisch machen. Ja, es gibt quasi jede mögliche Zwischenvariation zwischen Data Classes und normalen Klassen. Ähm, und wenn ich jetzt aber dieses Init True habe, dann kann es natürlich trotzdem sein, ich möchte vielleicht noch was in unseren Konstruktor einfügen. Und dazu gibt es hier ein Dev, ähm, Bodenstrich, ähm, Bodenstrich Post, das wird nicht mehr angezeigt, äh, Bodenstrich Init, Bodenstrich, Bodenstrich, Klammer. So, das ist auch eine Magic Method, ähm, die quasi einfach automatisch ausgeführt wird, nachdem der automatisch generierte Konstruktor hier ausgeführt wurde. Das heißt, erst wird der normale Konstruktor hier ausgeführt, wenn ich das hier mache, also wenn ich ein neues Objekt generiere. Und dann wird hier dieses PostInit ausgeführt. Und, äh, das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Das sieht folgendermaßen aus, ähm, After Constructing My Product. Und wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir After Constructing My Product und dann wird das Produkt ausgegeben. Jetzt nur eine kleine Denkaufgabe für euch. Warum wird denn hier das Produkt später ausgegeben? Der Konstruktor wird ja vorher aufgerufen. Kurze Pause. Also, ja, er wird vorher aufgerufen, logischerweise, aber es wird zuerst der Konstruktor aufgerufen, dieser Init, den wir automatisch generiert haben. Dann wird PostInit aufgerufen. Hier wird das Print ausgegeben und dann wird das Print hier unten ausgegeben. Also, die Reihenfolge ist schon korrekt. Aber wenn ihr irgendwas zum Konstruktor hinzufügen wollt, könnt ihr das in PostInit machen. Also, irgendwelche Hooks oder sowas ausführen, ähm, alles da drin machbar. Dann, ähm, machen wir das mal wieder raus. Also, der Standard ist hier natürlich der Init auf True gesetzt, äh, weil das möchte man ja auch. Dann gibt es Repre. Ist gleich. So, und hier habt ihr auch wieder die Möglichkeit, Representation auf True zu setzen. Das ist der Standard. Oder auf False zu setzen. Das war eben das, was ich vorhin gesagt habe. Dann wird die Repre-Funktion auch gemacht. Selbiges gilt für EQ, könnt ihr auch auf True oder False setzen. Ähm, und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Ganze ordern zu lassen. Man kann sagen, ich möchte was ordnen lassen. Äh, der Standard hierbei ist False. Das ist auch wichtig. Aber ich kann trotzdem hier sagen, ich möchte mir eine Ordnung generieren lassen. Und dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ähm, Produkt größer als anderes Produkt von, ähm, nehmen wir mal das. Und wir sehen, wenn ich jetzt hier eine 2 reinmache, dann wird mich hier ein False ausgegeben. Denn 1 ist offensichtlich kleiner als 2. Wenn hier, äh, eine 0 steht, dann ist das natürlich wahr. Denn 1 ist größer als 2. Und wenn hier eine 1 steht, dann, ähm, kann ich, oder wird am nächsten Teil verglichen. Das heißt, ich mache hier mal ein A-Music False, weil M größer ist als A. Wenn ich jetzt hier aber ein, äh, Z-Music mache, dann ist halt hier wieder True, weil Z-Music ist größer, weil es später im Alphabet kommt, als Musik. Oder Musik eigentlich, ich habe es deutsches Wort geschrieben. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall wird dann halt quasi erst der Wert verglichen, dann wird der Wert verglichen, der Wert verglichen und so weiter und so fort. Und dieses Order macht das alles automatisch für euch. Es geht wirklich von oben nach unten durch und vergleicht das Ding für euch. Aber Achtung, hier der Standard ist, dass Order auf False ist. Und was ihr auf keinen Fall tun dürft, ist, EQ auf False zu setzen und dann Order auf True zu setzen. Denn das funktioniert nicht, dann kriegen wir hier einen Value Error. Also EQ must be true if Order is true, steht auch 1 zu 1 genau da. Also das geht halt so nicht, ähm, denn wir brauchen einen Vergleich, sonst können wir keine Ordnung erschaffen. Okay, ähm, dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Und zwar UnsafeHash. UnsafeHash. Äh, hier könnt ihr auch sagen, ob False oder True. Bei False, also False ist ja Default. Und wenn das Ding False ist, dann hat man hier, ähm, anhand der Methoden EQ und anhand der Frozen, da komme ich gleich drauf, wird dann eben der Hash berechnet. Während wenn das Ganze True ist, ähm, dann kann es passieren, dass hier ein Hashwert für zwei verschiedene Produkte generiert wird, der derselbe ist. Das kann dann vorkommen, wenn ihr den UnsafeHash auf False lasst, kann das eigentlich nicht passieren. Ähm, aber hiermit würde ich eigentlich gar nicht rumspielen. Das Letzte, was vielleicht noch wichtig ist, ist Frozen. Und nein, das hat nichts mit dem Film zu tun, sondern das gibt an, ob eure Werte hier drin geändert werden können. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich das hier rausmache, ähm, kann ich nicht sagen, ich möchte jetzt im Nachhinein noch den Preis ändern oder sowas. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht, ähm, p ist gleich das Produkt hier. Und dann probiere ich jetzt hier einfach mal p, Punkt, ups, Punkt, äh, Preis ist gleich 5. Ne, halt, das hatten wir schon, ist gleich 27,0. Warum eigentlich 27? Warum nicht 42? Wie immer. Ähm, genau. Also, das wird hier nicht gehen, denn Frozen Instance Error, ich kann das nicht mehr ändern. Das bedeutet, ja, hier ist alles sozusagen final, es ist fest für immer und ewig. Der Standard ist False, das heißt, ich kann immer noch alles Mögliche ändern, wenn ich eben Lust drauf habe und es kommt auch kein Fehler oder sowas. Genau, das sind die Optionen, die ihr hier für die Add Data Class setzen könnt. Und die sind auch, glaube ich, teilweise richtig, richtig geil. Also gerade so Sachen wie EQ oder dann auch Order, finde ich wirklich, wirklich praktisch. Ähm, vergesst aber bitte nie diese EQ oder sowas. Das sind auch alles nur Methoden, die ihr selbst auch implementieren könnt. Also, Bodenstrich, Bodenstrich, äh, ja, vielleicht sollte ich der vorne dran schreiben. Bodenstrich, Bodenstrich, EQ kann ich auch selber implementieren. Auch bei jeder normalen Klasse, genauso wie die Methoden Less Than, also LT, Less Equal, also LE und, ähm, die anderen halt. Also, ihr könnt ja einfach mal durchgucken. Hier gibt es einen ganzen, ganzen Haufen, die man auch selber irgendwie implementieren kann. Also, man braucht im Endeffekt Data Classes nicht, man kann sie aber verwenden und es ist cool, sie zu verwenden. Also, es erleichtert einem sozusagen die Arbeit und es macht einen auch weniger, äh, also es reduziert den Code. Cool, ähm, noch ein paar Worte zur Vererbung. Vererbung funktioniert, soweit hier dieselbe Data Class oder derselbe Data Class, ähm, Modifikator oben drüber steht. Das ist kein Problem eigentlich und vererbt halt die ganzen Felder in die Unterklasse, falls vorhanden. Genau, und das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben, was jetzt in Python 3.7 auch wirklich groß Neues dazugekommen ist. Es gibt noch ein paar andere Features, das war das Größte und, ähm, vielleicht auch das Einzige, was ich jetzt gerade mal erstmal vorstelle. Weil die anderen sind jetzt wirklich nicht so mega, es gab viele Bugfixes, aber das war der Größte, ähm, neue Brocken in Python 3.7. Und ja, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.